Und ein Moinsen zur Late-Night-Review zum Auswärtsunentschieden in Darmstadt. Und ich glaube, damit kann so ziemlich keiner zufrieden sein. Wir haben eine nicht wirklich spektakulär tolle Erseilzeit gespielt. Wir waren am Anfang gut dran, gut drauf mit Pressing und so weiter, aber dann halt irgendwann fängst du wieder quasi mit dem ersten Gegenzug, fängst du ja extrem einfach ein Tor, weil sich der Philipps, meine ich, extrem leicht einfach abkochen lässt und ablaufen lässt. Und dann setzt er halt schön rein, der Darmstädter, schön platziert und drin. Danach haben wir quasi, ja, wir sind eigentlich das ganze Spiel wieder mit Ballbesitz, glaube ich am Ende auch vom Spiel wieder 65% oder sowas, voll am Start. Auch noch vor dem Spiel kamen irgendwie die Statistik, dass wir weltweit, oder halt in europäischen Top liegen zumindest, glaube ich. Weiß nicht genau, auf welcher Statistik die sich da belegt haben bei Sky. Aber auf jeden Fall sind wir da Nummer 1, was Ballbesitz-Schnitt angeht aus allen Spielen. Mit irgendwas mit 67%, sowas wäre das noch besser als PSG und sowas. Wir sind Nummer 1. Und dann fällt noch das Tor, Kastner muss den Kopfball eigentlich auch schon reinmachen, wenn man ehrlich ist. Aber zumindest macht ihn dann der Sosa im Nachhinein rein, der bisher auch keine gute Halbzige gespielt hat, also hat es mich umso mehr gefreut für den Jungen. War halt kompromisslos rein und er freut sich auch eigentlich gar nicht so richtig. Hoffentlich gehe ich auch davon aus, dass die Spieler auch mit der Halbzeit selber nicht zufrieden waren. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Dann, zweite Halbzeit, kommen wir echt gut rein. Haben eigentlich die komplette zweite Hälfte unter Kontrolle. Ich glaube, wir lassen bei Darmstadt so eine Halb-Chance. Aber wenn ein Ball gescheit trifft, ist es eine große Chance, sagt man so. Sonst lassen wir nichts zu in der zweiten Hälfte. Haben sehr viele Chancen. Machen ein Gommes-Abseits-Tor. Marke 2 cm wieder. Wo Gommes danach, ich hoffe, dass es das irgendwo auf Twitter geben wird. Irgendwie, irgendwer das geklippt hat oder sowas. Es gibt halt ein paar Zitate beim Kicker und sowas. Aber überragend mal wieder. Überragendes Interview von Gommes danach, wo er sich wieder aufgeregt hat. Sechs Abseits-Tore in drei Spielen. Und davon wäre normalerweise früher, da hat er auch recht. Ohne diesen Videobeweis, scheiß. Wurz hat er auch gesagt, hat er auch recht. Mit dem Lineal einfach danach so lange da rumspielen, bis sie eine Position findet, wo es Abseits ist. Also wenn man diese Linie, die du auf dem Fernseher siehst, die Abseits-Situation anguckst, ist diese kalibrierte Linie, wenn du da nahe ranzoomst, siehst du, die ist nicht perfekt auf diesem Abspielpunkt. Die ist nicht im Ansatz perfekt auf diesem Abspielpunkt vom Ball. Du triffst diesen ja nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt, dieser Artikel oder dieser Text von... Ah Gott, was war das jetzt? Auf jeden Fall auf Twitter dieser Text von... Irgendwas mit Cannstatt-Blog-Kannstatt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall auch so ein Podcast. Habe ich auch auf Twitter retweetet. Er hat ein paar Tweets von mir runterscrollt. Der ist perfekt erklärt. Du kannst mit den Ausspielraten quasi an Fotos und Blablabla und Live-Übertragung kannst du diesen Moment, wo der Ball abspringt, nicht genau perfekt darstellen. Wir haben das ja auch ausgerechnet mit Gommes. Schnelligkeiten in Sandhausen, da waren natürlich noch mehr Beispiele da mit drei Stück. Und wir nehmen jetzt aber wieder dieselben Werte und dann kann dieser Gommes sich innerhalb von quasi einem Frame da 14 Zentimeter bewegen. Und du bekommst schon wieder ein Tor abgepfiffen wegen zwei Zentimeter. Gommes auch gesagt, ja, wenn ich mir das hingucke, bin ich gleiche Höhe. Wenn mir jemand erzählen will, dass das Knie da irgendwie im Absatz ist, Bullshit. Bullshit. Das ist eine Suche danach, dass du einen Abseits abpfeifen kannst. Eine Suche danach. Du merkst, wie einfach unsicher, dass die Schiris auf dem Platz selber sind. Hat Gommes auch gesagt, stimmt auch, das ist eine Suche mit einem Lineal, wann man eine Linie findet, wo man im Absatz steht. Weil diese Linie, wenn man sich das mal anguckt und ranzoomt, die ist nicht perfekt auf Abspielpunkt vom Ball. Nicht im Ansatz perfekt. Und auch nicht perfekt bei Gommes. Diese blaue Linie ist nicht perfekt hingelegt. Wie auch in den paar Sekunden, wo sie es dann schnell hinlegen müssen, damit ihr die Bilder bekommt oder halt das Signal aufs Ohr bekommt. Das ist willkürlich irgendwann schnell hingesetzt, wo man so grob denkt, ja, das wird schon stimmen. Aber das ist dann halt einfach Bullshit. Früher wäre sowas, wie er gesagt hat, so halbe-halbe gewesen, so halbe-halbe quasi Abseits, aber sehr, sehr knapp. Und ja gut, im Zweifel der Angreifer, so oft kann er nicht so knapp Abseits gestanden haben. Das gibt es nicht mehr. Er hat auch gesagt, Gommes, ja, ich spiele dieses Jahr 20 Jahre, das geht uns Stürmern extrem auf den Sack, das tut uns extrem weh, das nervt total. Und er ist einfach nur froh, dass er vermutlich nicht mehr fünf Jahre oder sowas mit dieser Regel weiterspielt, was einfach nur scheiße ist. Und da hat er absolut recht. Aber da wird es nie ein Umgebendenken vom DFB. Es gab ja danach diese, zufällig direkt vom UEFA-Präsidenten, diese Aussagen, dass man da vielleicht eine Toleranz einbaut. Das wird es aber auch safe nicht machen, weil einfach das Geschrei zu groß sein wird, wie Toleranz, wie ist das belegt und bla bla bla. Es wird immer weiter einfach nur, es sind keine Fehlentscheidungen mehr, es sind keine klaren Fehlentscheidungen mehr, die irgendwie zurückgenommen werden. Es ist einfach ein reines Gesuche danach, irgendwelche Tore wieder abpfeifen zu können, um zu zeigen. Und so wie du weißt, es ist so toll. Wir haben gerade mit 1,5 Zentimeter einen Absatz abgepfiffen. Und so wie du weißt, es ist richtig geil oder sowas. Wir haben gerade wieder ein Handspiel gepfiffen. Beispiel Düsseldorf-Leipzig, wo jemand beide Hände in der Bewegung am Brustbereich, Bauchbereich hat, an sich ranlehnt und aus 1,5, 2 Metern da abgeschossen wird. Wenn er die Hand nicht hat, was ein Spieler ja heutzutage scheinbar nicht mehr haben darf, dann geht er halt an die Brust, geht an den Bauch und es passiert genau dasselbe. Er blockt den Schuss und es gibt Ecke oder sowas. Oder einfach schlicht und ergreifend, er blockt den Schuss. Aber da eine Hand im Spiel war, die zwar komplett angelehnt war und auch aus 1,5 Metern, lächerlicherweise einfach nicht, das funktioniert nicht, so aus 1,5 Metern, wie willst du da reagieren? Zweitens, er braucht nicht zu reagieren in der Situation, weil er beide Hände an seiner Brust hat. Ich weiß auch, wie ein Kabak früher oder auch andere Verteidiger mittlerweile einfach nur quasi mit Händen auf dem Rücken spielen. Du kannst dich gar nicht mehr gescheit bewegen, quasi meistens zwei Kämpfer sind nur mit Händen auf dem Rücken spielen. Dass ich genau wissen, soweit er mich irgendwie auch nur ansatzweise an diesem Arm berührt, ist auf Meter. Das ist einfach unfassbar schlechte Regelauslehrung. Das Schlimme ist, du kannst dich Woche für Woche für Woche über aufreden. Diese Woche wieder gekommen ist Bullshit bei uns, jetzt beim VfB, wenn man das quasi Herzensverein Beispiel nimmt. Aber auch in der Bundesliga. Du kannst nicht erzählen, dass der Videobeweis weniger Diskussionen bringt. Das ist Bullshit. Der Videobeweis ist keine Erfüllung und kein positiver Pluspunkt für den Fußball. Ist er nicht. Fertig aus. War er nie. Ist er nicht. Das ist wieder zwei Situationen. Mainz gegen Dortmund. Klar, er muss sich irgendwie abstützen mit der Hand irgendwie, aber der hält den. Wie ein Keeper hält er den am 16er. Wie ein Torwart hält er diesen Ball am 16er. Und dann gibt es so einen Elfmeter wie bei Düsseldorf gegen Leipzig, wo er beide Hände am Körper hat und das andere Elfmeter angeschossen wird. Und da Elfmeter. Das ist, es hat einfach keine Konstanz. Es sind nicht im Ansatz, nicht mal im Ansatz während der ähnlichen Situationen und ähnliche, ähm, ähnliche Situationen gleich behandelt. Nicht im Ansatz. Es geht immer noch darum, wie der Schiri tickt und wie der Videokeller gerade Bock hatte. Da ist keine Konstanz drin. Null. Aber auch danach, nach dem Gomez-Tor hat man genügend Chancen. Da hat ein Förster, glaubt, zwei, drei Schüsse, die in Richtung Pfosten gehen. Das eine Ding, das Zeck gegen Pfosten geht und dann auch Askasi mal an erklärt und kurz vor Linie. Da fehlt einfach das Spielglück. Fertig aus. Das waren beides keine schlechten Schüsse. Der eine geht knapp an den Pfosten und der andere schält einer doof im Weg von Darmstadt passenderweise für die, ne? Aber Förster, muss man auch sagen, es gab so, so hat mir nicht so wirklich gut gefallen im Spiel. Castro war jetzt relativ unauffällig und González fand ich auch nicht so toll. Der kam ja irgendwann rein für den Silas, glaube ich, war es, der jetzt nicht irgendwie sportlich runter ist oder sowas oder nicht wegen sportlicher Leistung runter ist, sondern halt, weil er vermutlich mit der gelben Karte halt auf sich halt gehen wollte. Die da Schiri irgendwie auch gefühlt wieder nur für uns verteilt hat und nicht irgendwie für Darmstadt, aber das ist wie immer die Fanbrille, die ich da aufhabe. Und ja, also, das ist einfach nur Pech. Einfach nur Pech. Da sieht so scheiß Schuss von Ascas über da nicht reingeht, da von Förster nicht reingeht und González und da zurückzukommen, der hat ein paar Vollidioten-Pässe gespielt, das war ja der helle Wahnsinn. Wir hatten allgemein wahrscheinlich über das Spiel hin, über das Spiel, weil wir so viel Ball bis jetzt haben und so viel Pässe gespielt haben, wahrscheinlich auch in einer relativ gescheite Passquote am Ende, aber es gab einzelne Pässe, die waren ja, hu, junger Vater, wie kannst du solche Pässe spielen? Badstuber meine ich war es, danach bei irgendeinem Pass, weil danach gab es Freistoß für uns glaube ich oder für Darmstadt auf jeden Fall kurze Spielunterbrechung, ist er glaube ich auch richtig quasi zu González hingerannt und dann hat er das Bild weggeschnitten, aber vermutlich ist er so hingerannt und hat dann angebrüllt, was dieser Scheiß soll, warum den Ball nach hinten dumm in die Mitte passt und zwar völlig falsch, der hat mir nicht so gefallen nach González und dann Al-Gadoui hat vorhin ein paar Bälle sicher gemacht, noch als weiterer Einwechselspieler und war ganz okay im Spiel ja, wir machen einfach das Tor nicht, wir machen es nicht und wir hätten es uns auf jeden Fall in der zweiten Hälfte dann verdient, würde ich sagen, es ist so ein komischer Mix, weil es unentschieden ist einerseits, einerseits ist es verdient, dass er auch schon den Punkt mitgenommen hat, aber andererseits bin ich auch irgendwie auf der Meinung, dass es auch halt nicht hundertprozentig, es war nicht unverdient, aber es war auch nicht verdient, es war irgendwie so ein komisches Ding, weil hätten wir gewonnen, hätte sich ich glaube keiner beschweren dürfen, mit dem Unentschieden darf sich aber im Endeffekt irgendwie auch keiner beschweren, also ganz, ganz komische Sache. Wir haben uns ja eigentlich an sich zwei, drei, vier gute Dinge rausgespielt in der zweiten Hälfte, Gomez ist noch, glaube ich, vor seiner Abseitssituation, glaube ich, noch einen in der Rückenlage, wo er aus irgendwelchen Gründen hinfällt, statt den Ball einfach sauber in irgendeine Ecke zu schieben und dann geht er bald mit Rückenlage drüber, aber trotzdem musst du halt in Darmstadt, mit no disrespect und sowas gegen Darmstadt, aber wenn du jetzt das Fallbeispiel Bielefeld nimmst, die gewinnen halt dann einfach mal in Darmstadt, die gewinnen halt dann fertig aus, die schaffen es da zu gewinnen und das macht den Unterschied, die schaffen es in Darmstadt zu gewinnen und das macht den großen Unterschied und deswegen stehen sie da oben jetzt gerade. Wir sind jetzt auch wieder auf Platz 2, äh, was war wieder? Platz 3, Punkt gleich beim HSV, haben wir natürlich ein besseres Torverhältnis und dann, oh Gott, lass mich nicht lügen, 3 Punkte weg von Bielefeld, ich schaue mal schnell, wenn es ihr dann mitmacht, schaue ich mal schnell nach, aber ich meine 3, ja, nee, 4, 4 Punkte weg von Bielefeld, was auch wieder nicht so sexy ist, hinrundet vorbei, aus 17 Spielen 30 Punkte, ist okay, ist okay, aber würde vermutlich, wenn Bielefeld in Hamburg einfach ein paar mehr Spiele gewinnen, die haben ja auch jetzt so viele Vorlagen geliefert, auch in diesem Spieltag beide Unschienen gespielt und wir spielen natürlich auch Unschienen nutzen, diese Chance nicht, können es auch schon viel größerer Abstand sein, kann man sagen, ja, entweder die Liga ist richtig scheiße, wenn selbst die oben das nicht hinkriegen, sich abzusetzen oder sie ist halt extrem ausgeglichen, weil jeder jeden schlagen kann und so ein, so ein, äh, Gelaber da, aber, wir haben im Endeffekt ein Unschienen, das halt nichts bringt, null, auch keine Ruhe reinbringt, so langsam kann man sich halt diese Scheiße nicht mehr anhören, wir hatten viel Ball besitzen, sowas, wir trainieren weiter, wir müssen unsere Chancen nutzen, aber trotzdem ist es jedes Mal, das ist jedes Mal aufs Neue das Phänomen, wir haben viel Ballbesitz, haben auch meistens mehr Chancen als der Gegner, nutzen sie aber nicht konsequent genug, fangen uns gefühlt mit, fangen uns eigentlich regelmäßig mit der ersten Chance für den Gegner wegen schlechtem Abwehrverhalten das Tor und rennen hinterher und kriegen es dann meistens nicht mehr repariert oder zumindest nicht mehr positiv repariert wie in diesem Spiel und kriegen es doch hin, das Spiel komplett zu drehen, sondern kriegen nur noch einen 1-1 hin und das ist halt schlicht und greifend zu wenig, wenn du solche Ansprüche hast wie wir, direkt wieder aufzusteigen jetzt geht es dann nach Hangover, stimmt, was ich auch noch sagen wollte, warum zur Hölle wechseln wir eigentlich nur zweimal? Warum? Dann bringe ich halt noch einen Mangala, den ich vorne rein stelle, dann bringe ich halt noch einen Eckloff von mir aus, soll der Junge mal seine Chance kriegen, aber warum wechselst du in einem Spiel, wo du mit einem Sieg so viel machen kannst, warum wechselst du dann nicht nochmal offensiv? Wir hatten nicht mehr so viel Offensives auf der Bank, dann bringe ich halt meine letzten 5 Minuten, letzten 7 Minuten oder sowas, letzten 10 Minuten, bringe ich halt nochmal einen Eckloff, das schadet doch keinem, so, das hat man mir noch auf der Bank gucken, was nicht gekommen ist, Eckloff vorne, Clement vorne, Didabi vorne, Mangala kann es auch relativ offensiv einsetzen, warum wechseln wir nicht nochmal? Warum nicht? Das habe ich nicht verstanden, warum wechseln wir nicht nochmal? Das war noch so ein anderer Kritikpunkt von mir, warum wechseln wir nicht nochmal? Genau, jetzt kommt Hannover, ich zeige es wahrscheinlich gleich direkt im Anschluss, weil ja eh alle Spiele durch sind, kann ich schon mal quasi im Voraus machen, deswegen wir jetzt hier nicht viel aufs Hannover Spiel eingehen, die Preview vor Hannover auf, ganz kurz so ein paar Spiele durchgehen, weil nächstes Spieltag schon auch relativ interessant ist, weil wir alle interessanten Klubs oben parallel spielen, also fast. Oh, das ist mir auch gerade erst später aufgefallen, also wir spielen Samstag, spielt Aue gegen Fürth, was ja auch relativ interessant ist, weil Aue halt auch nur vier Punkte unter uns ist, dann spielt Pauli Bielefeld, auch interessant, Pauli hat das mal gewonnen zu Hause gegen Wien-Wiesbaden, jetzt haben sie nochmal ein Heimspiel gegen Bielefeld, vielleicht können die ja nochmal Bielefeld irgendwie wenigstens einen Punkt wegnehmen und dann haben wir Hannover-Schuttgart, klar, sind wir am Start, Hannover letztes Spiel verloren in Bochum, davor gewonnen gegen Aue zu Hause, also auch völlig durcheinander, völlig komisch, was da passiert, aber in Hannover sehe ich auch wieder so einen Krampf 1-1 ähnlich wie heute, in Hannover kriegen wir es ja irgendwie immer wieder hin, uns richtig dumm und dämlich anzustellen, sieh das 3-1 damals unter Korkut oder in der zweiten Liga-Saison haben wir im vorletzten Spieltag in Hannover verloren oder irgendwann dann unter Wolf haben wir glaube ich unschieden gespielt in der Phase, wo wir relativ gut drauf waren, aber dann trotzdem unnötig unschieden spielen, also in Hannover irgendwie, ja, ist immer komisch, also ich habe da jetzt kein gutes Gefühl und dann nochmal Darmstadt-Hamburg, da darf Darmstadt-Bilder auch, die haben ja heute auch nicht schlecht, sind ja nicht schlecht aufgetreten, die waren einfach kompakt und wenn der Gegner die Führung macht und hinten kompakt steht, finden wir gefühlt keine Lösungen und unser Spielstil ist quasi dadurch ausgehebelt, so ich habe das Gefühl, unser Spielstil ist einfach zu einfach, zu einfach zu durch zu durchblicken für die gegnerischen Teams mittlerweile, deswegen bin ich mal gespannt, kurz noch, also Darmstadt-Hamburg kaufen die nur den Punkt weg und dann haben wir noch am nächsten Tag, am Sonntag, das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, oh das fällt mir gerade erst auf, Heidenheim-Osnabrück, das heißt sie nehmen sich gegenseitig Punkte weg, die sind ja beide unter uns, Heidenheim mit drei Punkten unter uns und Osnabrück vier Punkte unter uns, Heidenheim kommt ja auch dann direkt als erster Spieltag wieder nach der Winterpause zu Hause gegen Heidenheim, kommt ja das Spiel dann und ja, dann um darauf nochmal kurz zu kommen, diese Trainerdebatte, Trainerdebatte, ich könnte es mir fast vorstellen, dass unser Trainer fliegen wird, also scheinbar ja auch hat es einen Schlag gegeben quasi vor dem Derby noch von zwischen Mislintat und Walter, also kein Schlag im physischen Sinn natürlich, klar, aber halt einen verbalen Schlag quasi, der hat er auch dann schon oft gesagt oder schon mal als Einzelner quasi richtig ernste Worte genommen, wir können nicht immer vom Ball bis jetzt labern, wir müssen auch Ergebnisse liefern, Mislintat, mal gucken, ob das quasi so quasi positive Kritik ist, so eine jetzt erst Rechtmentalität aufbringt für den Walter oder sowas, bisher irgendwie scheinbar noch nicht, das Spiel hat sich lange nicht mehr geändert, wenn man seit dem neunten Spieltag schaut, glaube ich, war es, glaube ich, ich habe Tüter mal gesehen, sind wir, glaube ich, auf 15 oder sowas, 15 oder 14 oder sowas in der Tabelle, wenn man die Formtabelle anguckt, die letzten neun Spiele, was halt schon echt scheiße ist, wir hatten zwei Auswärtssiege diese komplette Saison, die komplette Hinrunde, zwei Auswärtssiege, bei einem war ich dabei in Regensburg, das war wahrscheinlich auch mit das geilste Spiel diese Hinrunde bisher, wird zumindest relativ sicher auswärts, vom Spielerischen und so weiter, das war echt geil und dann haben wir in Bielefeld noch gewonnen, was halt der Lucky Punch war in der 90. Al-Gadoui, in Bielefeld war schon ziemlich geil, weil da war Bielefeld ja auch schon oben dabei und ab da kam diese Arroganz und diese Spielweise irgendwie rein, ab da kam diese beschissene erste Hälfte gegen Wien-Wiesbaden, diese arrogante erste Hälfte und ab da spielen wir irgendwie hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, mal kurz so, jawohl, ist hier gegen Karlsruhe zu Hause gekommen, ist das jetzt der wendende Punkt, der Wendepunkt quasi, nö, aussichts verloren in Sandhausen, ach komm, gegen Nürnberg zu Hause gewonnen, jetzt kommt der wendende Punkt in Darmstadt mit der Vorlage, nö, nur ein Unschied und nicht ausreichend gut gespielt, einfach ein hoch und runter gerade, ein einziges hoch und runter, genau, und dann habe ich noch im Kopf, dass ich irgendwas noch sagen wollte, ich weiß aber nicht mehr, was ich sagen wollte, das passiert bei Podcasts, dann werde ich mich vermutlich jetzt direkt nochmal weiterhin dran setzen, denke ich, vor der Länge haben wir jetzt auch eine lange Review-Cup mal, wo ich dann jetzt dann direkt die Preview zum Spiel gegen Hannover rauszünde, jetzt direkt im Anschluss, wann immer ich die jetzt hochlade dann, aber da habe ich schon mal quasi im Voraus drin die Preview, kann sie aber auch eigentlich quasi wirklich direkt auch beide hintereinander hochladen, relativ Wurscht, Podcast-mäßig und sowas, Spotify oder YouTube kann man sicher jederzeit reinziehen und so lange dauert das Spiel auch nicht mehr schon am Samstag, wo ich dann auch wieder zu Hause bin, da gibt es keine Live-Reaktion, stimme ich dann noch kurz so ein bisschen den weiteren Plan quasi schildern, dann kann ich mich später in der Preview noch ein bisschen kürzer halten, den weiteren Plan quasi schildern zum, ja, wie es quasi einfach weiterläuft jetzt, wir sehen jetzt hier Weihnachtstage und Feiertage und Silvester und so weiter, auch mit den Auswärtssachen, weil wir dann irgendwann vorlesungsfreie Zeit haben, dafür zücke ich mein Andy und wir sehen, dass erstmal Hannover wird keine Live-Reaktion haben, bin ich schon wieder zu Hause, weil wir dann halt über Weihnachten und Silvester natürlich Feiertage haben und frei haben, dann bin ich wieder in der Uni am Start im Januar, aber halt da passiert ja nichts, ist ja Winterpause, das heißt, da ist dann bis zu, das ist unklar, entweder am 13. Januar oder am 20. Januar beginnt quasi, also die Prüfungsphase beginnt am 20. Januar, das ist sicher, das ist unsere erste Abgabe, am 22. die nächste und am 29. die dritte Abgabe, die quasi halt einfach eine Abgabe ist, also jetzt nichts, wo ich irgendwie eine Klausur dort vor Ort schreibe, nur für eins muss ich dort vor Ort sein, um halt da quasi meinen Text abzugeben, der Rest wird online stattfinden und dann ist unglaublich, ab 13. oder am 20. anfängt die vorwesendungsfreie Zeit, das heißt, da werde ich halt vermutlich dann im Januar ein bisschen da sein, hier in Ansbach und dann den Restzeit in Rommelshausen verbringen, deswegen wird dann halt auch diese, ähm, das Spiel in St. Pauli, vermutlich keine, was heißt vermutlich, da wird wahrscheinlich keine Live-Reaktion kommen, da ich da zu Hause bin, dann allerdings für das Leverkusen-Spiel im Pokal relativ sicher oder wird sicher eine kommen, sage ich jetzt einfach mal, weil wir am Tag danach eine schriftliche Prüfung haben und die Ware drauf kommt auch nochmal eine schriftliche Prüfung und dann ist die Prüfungsphase vorbei, dann kommen nochmal zwei und dann das Bochum-Spiel wird vermutlich auch eine Live-Reaktion geben, da ich da vermutlich auch noch in Ansbach bin dann und ab da ist dann quasi endgültig einen Monat lang vorliegungsfreie Zeit oder als Semesterferie, ne, ähm, da kommt ein Heimspiel, dann nach Fürth werde ich versuchen, äh, an Karten zu kommen, vermutlich, hoffentlich komme ich da an Karten, ähm, und dann kommt ein Heimspiel, dann haben wir ein Auswärtsspiel in Wiesbaden, wo ich noch unsicher bin, ob ich da, wie gesagt, da würde ich auch wahrscheinlich versuchen an Karten zu kommen, ist ja klar, ist ja nah dran, aber wenn ich da nicht an Karten komme, wird es da, naja, ist unglaublich da schon heimfahre oder ob ich da noch, das noch zu Hause schaue, also da ist eine unglaubliche Reaktion kommen würde, ähm, bei Fürth, wenn ich keine Karten bekomme, wird es keine geben, dann bin ich zu Hause und ab da bin ich wieder in Ansbach am Starten, da gibt es wieder ganz normal die, äh, Auswärtsspiel-Live-Reaktion, jetzt gibt es natürlich dann noch Trailer gegen Hannover, Preview, Review von Hannover und, äh, dann gucke ich mal, wie zeitlich ich das hinbekomme, weil ich halt jetzt natürlich mit meinen Abgaben und so weiter ein bisschen Recherche, ein bisschen von der Uni in der Pflicht bin, ähm, das hat natürlich Vorrang, ähm, aber ich werde versuchen, dann wie immer die, den Hinrundenzusammenschnitt rauszuhasseln, ist ja immer relativ viel Aufwand und dann den vermutlich noch, noch aufwendigeren, äh, Jahresrückblick zu schneiden, dass es dann auch irgendwann in dieser Silvesterzeit kommt, in diesen Feiertagszeiten kommt, da kann ich mich einfach mal ein, zwei Tage einfach da quasi komplett Opfern gefühlt oder, ja, wenn ein, zwei Tage überhaupt reichen, auf jeden Fall möchte ich da ein bisschen lange hinhocken, dass es da irgendwie ein bisschen zeitlich kommt, danach geht es ja wieder ganz normal weiter mit VfB-Content, ich denke, das reicht jetzt definitiv für die Review und es wird vermutlich jetzt extrem kurze Preview werden, weil wir vermutlich doppeln in dieser Review und in der Hannover-Preview, aber, das, äh, sei mir verziehen, sage ich jetzt mal, dann bedanke ich mich für's Zuhören, 22 Minuten, weil halt auch extrem viele Bonus-Impfungen, äh, Impfungen, jo, Bonus-Informationen natürlich, dann bedanke ich mich für's Zuhören und, ja, bis zum nächsten Mal.